hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen fortnite video auf meinem kanal ich hab mal wieder bock auf fortnite und deshalb gibt es heute mal wieder ein fortnite video ich fliege jetzt mal wieder nach tomato town weil dort kann man eine schöne in ruhe looten und danach richtung dass sie laufen und dann ist man safe in der zone normal und ich gebe dann dieses haus hier abseits und land amma ja es ist jemand in 2 in tomato town ok ja gut die muss ich halt gucken ob ich das nicht normal bekommen ich bin vielleicht auch ein bisschen wird geflogen jetzt ich will auf jeden fall mal gucken dass ich vielleicht noch einen chat pack bekommt weil ich war zwei wochen im urlaub bzw wenn ihr das video seht sind es ist schon wieder eine woche her und ich habe den chat pack noch fast gar nicht und ich würden halt gern noch mal in dem video haben sage ich jetzt mal aber mal gucken weil das soll ja soweit ich weiß rausgenommen werden und ich bräuchte waffe waffe wäre ganz nice waffe ja waffe waffe gut so dann immer ganz kurz den big shield hier und dann gucken wir mal ob wir unten noch eine fernkampfwaffe haben und dann gehen wir gleich nach till the towers vor allem nach tomato town und wir sind fast egal 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 das geht auch muss ich halt gucken dass sie ein bisschen nahkampf kommen ich hoffe mal ich bekomme ich glaube ich muss sogar noch tübs damit machen bin mir aber gerade gar nicht sicher weil irgendwie seitdem wie ein neues season heraus ist bin ich voll so im battle pass modus sei jetzt mag ich feier es in diese mission zu machen hier oben nette mal ich hab's gedacht naja egal dann gehen wir wieder raus oder schauen wir mal hallo hey bleib da junge mein einkaufswagen alter irgendwie war der gerade ein bisschen keine ahnung alter der hat auch zwei kommt ganz kurz egal ja dann nehme ich den einkaufswagen aber wieder jetzt einfach wegfahren wollte ist ja also ich will ja nichts sagen ich bin jetzt nicht gerade der beste fordner spieler aber wenn eine auf mich schießt dann fahr ich doch nicht noch mit dem einkaufswagen weg vor allem wie er mich auch gar nicht bemerkt hat zuerst die hier überall nur so pams rumliegen es ist doch nicht mehr feierlich kann man nicht mal eine normale waffe haben bitte sturmgewehr das so wäre nice so bauen wir hier mal auf vielleicht ist in der truhe was gescheits das ist ganz gut damit braucht noch kills mit der waffe und dann brauchen wir mal einen weg nach oben genau das wäre auch ganz super machen wir das mal da so rein und dann passt es ich kann halt jetzt nur auf nahkampf gehen ist ein bisschen ich weiß nicht so vorteilhaft wird es nicht sein auf jeden fall wobei stehen geblieben genau ähm ok bleibt doch da fräulein gott was machen wir sie kann sie ist aber auch nicht so viel besser als ich hab sie zum glück zum glück das war jetzt gerade irgendwie so richtig dumm gespielt aber egal ich habe sie bekommen nehmen wir dich noch mit hauen dich da rein oh erstmal heilen erstmal heilen wäre vorteilhaft so wo war ich stehen geblieben auf jeden fall der battle pass ich finde es irgendwie sauer also mir macht es irgendwie mega spaß da die mission zu machen und ja ich spiele eigentlich so eigentlich wenig fortnite ich mache eigentlich hauptsächlich diese mission aber ab und zu reizen halt schon doch mal und deshalb nicht zum beispiel das video jetzt auf die woche wird auch noch ein neues spiel auf meinem kanal kommen wie weit muss ich laufen okay ich sollte vielleicht ein bisschen in die zone gehen ja gut zwei minuten zwei ja drei minuten fast habe ich noch das schaffe ich auf jeden fall kommt ein neues spiel vielleicht auf meinem kanal wenn ich schaffe nicht kommt es nächste woche und ich will ja auch anfangen ähm mit einem art let's play das weiß ich aber noch nicht genau wann startet das habe ich ja schon mal im live stream öfters ne jetzt schon mal ich habe es schon ein paar mal gesagt da komme ich locker noch in die zone so diese äpfel da will ich mal ausprobieren die sind nämlich auch neu reingekommen während ich im urlaub war heilen die voll glaubt schon so eine sniper hätte ich jetzt gerne aber sonst bin ich eigentlich mit meiner ausrüstung ganz zufrieden ich weiß auch nicht so ob ich nach das ja das ist eigentlich fast nicht mehr in der zone da gehe ich lieber weiter nach loot lake ich gehe nach loot lake und mein kopf wird auf jeden fall auch noch weiterhin jeden sonntag ein video kommen also jeden sonntag 9 uhr kommt das minecraft video online wie bisher auch also da ändert sich nicht eine minüt 37 sekunden später so da hinten ist dann auch schon das fußballstadion und ich hoffe hier ist dann mal irgendjemand oh gott wenn man vom teufel spricht ich hoffe mal hier ist irgendjemand und in dem moment schießen sie oh gott da ist ja noch jemand ja moin ich muss hier hoch ich muss hier hoch wo ist denn der ich habe fast kein wobei doch ich habe noch material wenn die angst ist hier gleich einer drin ist das ist hier gerade ein bisschen ich weiß nicht wo die anderen wo die gegner sind ich ja die ganze zeit nur die schüsse also einer ist auf jeden fall noch da oben so machen wir das mal so machen wir das mal so dann gucken wir uns mal noch aber wo ist der andere hin ich habe gerade ein bisschen angst dass der andere gleich kommt und mich holt und da wurde er getötet der hier unten ich habe ihn schon so dachte ich habe schritte gehört Arten ab tenido ja gar nicht zu. Naja Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen, auch wenn ich jetzt nur zwei Kills geholt habe. Ich bin halt nicht der Beste in Fortnite, habe ich aber schon öfters gesagt. Ich würde mich sehr über einen Kommentar und ein Like freuen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao!